Herzlich willkommen zur Einführung ins Strafrecht für die soziale Arbeit. In dieser Folge, was Jugendstrafrecht bedeutet, Diebstahlsdelikte, allgemeine Justizgrundsätze, Versuch und Vollendung, Betäubungsmittel. Viel Spaß dabei. Wenn Sie wissen wollen, was das bedeutet, lesen Sie doch mal in unseren Materialien ab. Was man wissen muss, um überhaupt beurteilen zu können, ob eine Handlung strafbar ist. Das zu beantworten ist gar nicht so einfach.